Wir sind Energieberater. Energieausweise erstellen wir für Häuser in Berlin und im Umland. Energieberatung war Bestandteil des Hochschulstudiums. Verbessert haben wir uns durch jahrelange Tätigkeit als Bauleiter auf den Baustellen dieses Landes. Wir finden die Stellen, wo Ihr Haus Energie verliert. Bedeutsam ist, dass durch einen Spalt von einem Millimeter sich die energetischen Verluste auf das Fünffache erhöhen können. Bereits 1993 habe ich mein erstes Energiesparhaus in Fichtenwalde mit einem selbstentwickelten Erdwärmetauscher und einer Wärmerückgewinnungsanlage der Firma Paul gebaut. Mit dem sorgfältigen Schließen aller Spalten haben wir aus dem 7-Liter-Haus ein 3-Liter-Haus gemacht. Den Passivhausstandard haben wir sozusagen aus Versehen erreicht, nur durch gute Bauleitung. Die Richtlinien für den Passivhausstandard wurden erst später eingeführt. 8-Liter-Haus-Täckchen Auch das ist ein Säher-Täckchen, die Schubelde zu eröffnen. 9-Liter-Haus-Täckchen 8-Liter-Haus-Täckchen Untertitelung des ZDF, 2020